Hallo zusammen, mein Name ist Michael Lübben. Ich mache heute das Thema SLA Reporting. Mal eine kurze Einleitung, was ich mache. Einmal grundsätzlich, einmal kurz, was verstehen wir unter einem SLA. Ich weiß nicht, wer sich schon mal mit SLA oder überhaupt mit ITIL beschäftigt hat. Gut, ITIL ist immer so ein Schlagwort. Dann würde ich gerne ein Monitoring-Schichten-Modell erklären. Das Problem, was ich immer habe, es heißt immer, überwach mal. Dann fange ich an. Was hättest du gerne überwacht? Mach mal das, das, das und das. Dann habe ich irgendwie 50 Schecks und im Endeffekt kommen raus, dass ich eigentlich nur drei brauche, weil der Rest interessiert gar keinen. Da würde ich ganz gerne mal erklären, wie man vielleicht so eine Applikation anhand eines Schichtenmodells vielleicht auseinandernehmen kann und schauen kann, was ist wirklich relevant, was muss ich wirklich überwachen und wen interessiert überhaupt, was ich überwache. Also ich habe einmal vielleicht den Administratoren, ich habe vielleicht den Kunden und ich habe vielleicht einen Geschäftsführer und jeder hat irgendwie eine andere Sicht auf meine Applikation. Das würde ich ganz gerne mal erklären. Dann messen, wie sollte man ein SLA messen, auf was sollte man achten und das Ganze, wie sieht das Ganze mit Isinga aus. Und ja, das Problem, was ich früher oder in der Vergangenheit immer hatte, ist, ich habe zwar meinen Verfügbarkeitsreport, den ich im Isinga oder auch im Nagios erzeugen kann, habe aber immer mal das Problem, ich hätte es aber gerne auch irgendwie als PDF oder in irgendeinem anderen Format. Aber ja, wie kriege ich diese Daten jetzt vielleicht in meinen Jasper zum Beispiel rein, weil wir hier im Isinga-Team ja sehr viel mit Jasper machen. Also hätte ich das gerne vielleicht auch in meinem Jasper. Und dafür habe ich einen Parser geschrieben, den will ich auch mal zeigen. Der funktioniert für Nagios so wie für Isinga. Ich schreibe das ganze Zeug in die Datenbank rein und dann kann man einfach mit Jasper-Reports sich daraus ein PDF oder ein Word-Dokument oder was man halt benutzen möchte, daraus generieren. Das zeige ich aber gleich kurz in einer Live-Demo. Gut. Kommen wir mal zum SLA selber. Also ich will nicht zu weit in das Thema SLA reingehen. Also ich will mal ganz kurz definieren, das ist ein Vertrag zwischen Dienstleister und Auftraggeber. Also ich habe irgendwo einen Wert, den ich definiere und sage, die Verfügbarkeit muss bei 99,5 Prozent liegen. Wenn ich sage Verfügbarkeit bei 99,5 Prozent, stellt sich immer die Frage, was stellt denn die Verfügbarkeit meiner Applikation überhaupt da? Das sollte einmal grundsätzlich geklärt werden. Und was verstehe ich unter meinem SLA? Es gibt immer so dieses Smart-Prinzip, dass ich sage, das Ziel muss definiert sein, also spezifisch. Es muss messbar sein. Es ist unrealistisch, wenn ich irgendwas benutze oder irgendeinen Parameter versuche zu überwachen, den ich gar nicht richtig messen kann, den ich gar nicht richtig fassen kann. Es muss natürlich angemessen sein, das heißt, ich sollte auch nicht zu viel Aufwand da reinstecken. Es muss also irgendwo im Verhältnis stehen alles. Es muss natürlich realistisch sein und ganz wichtig, es muss natürlich terminiert sein. Das heißt, wenn ich ein SLA definiere, muss ich sagen, ist das auf eine Woche gesehen, ist das auf einen Monat gesehen oder ist es auf ein Jahr gesehen? Mehr will ich eigentlich gar nicht so zum SLA sagen. Also zum SLA kann man also wirklich stundenlang philosophieren und diskutieren und was es auch bei ITAL alles gibt zwischen Server-Level-Management und was da alles zugehört. Das soll hier aber nicht das Thema sein, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber jetzt noch mal, warum habe ich dieses Schichtenmodell entwickelt? Ich weiß nicht, war jemand schon mal irgendwie auf meiner Homepage und hat sich das mal angeguckt in meinem Blog, was ich da geschrieben habe? Okay, zwei Leute, drei, vier, okay. Ja, wunderbar. Ein paar haben es ja schon mal gesehen. Also, was ich gerade schon sagte, ich habe das Problem, ich kriege eine Applikation XY und dann heißt es, überwach die mal. Ja, was ist denn da überhaupt drunter? Wie funktioniert denn die Applikation überhaupt? Was muss ich denn überhaupt überwachen? Und die Idee bei diesem Schichtenmodell ist, das werde ich gleich mal zeigen, die Applikation in diverse Schichten zu zerlegen und quasi zu schauen, was muss ich auf diesen einzelnen Schichten überwachen und wen interessiert das, was ich da überhaupt überwache? Ja, mit diesem Schichtenmodell will ich dadurch auch einfach, dass, wenn es reicht, mit zehn Checks diese Applikationen zu überwachen, dann sollte ich das auch nur mit zehn machen und nicht mit 50 oder mit 100, nur weil jeder sagt, ja, also ich hätte aber gerne noch mal irgendwie, keine Ahnung, die Lüfter überwacht, ob der sich rechts dreht oder ob der sich links dreht. Und ob der auch wirklich seine 3000 Umdrehungen hat oder sowas. Da muss man sich wirklich überlegen, muss das überhaupt überwacht werden? Ja, denn es muss klar sein, je mehr ich überwache, also ich rede von einer Applikation oder von unserer Plattform, wir haben circa 3000 Server mit ungefähr 30.000 Service Checks derzeit in der Überwachung. Das wird sich nächstes Jahr noch um einiges erhöhen, also wir sind noch längst nicht am Ende. Und da ist es wirklich schon interessant, wenn ich sage, ich überwache meine MySQL-Datenbank grundsätzlich mit fünf Checks und ich habe zehn Datenbanken, da sind das 50. Wenn ich aber sage, ich überwache die mit zehn Checks, dann bin ich auf einmal gleich bei 100 Checks. Und so multipliziert sich das Ganze. Bei kleinen Umgebungen ist es vielleicht uninteressant, aber bei großen Umgebungen ist jeder Check wirklich wichtig. Muss ich den wirklich machen, muss ich den nicht machen? gerade wenn dann auch Alarme und sowas rausgehen, dann geht nicht ein Alarm raus, dann gehen zehn Alarme raus, dann sind die ganzen Leute wieder genervt, weil so viele Alarme rausgehen und dann wird auch irgendwo die Sensibilität der Mitarbeiter so ein bisschen vernachlässigt, weil die Leute dann einfach sagen, mich interessiert eigentlich gar nicht mehr, was da rauskommt. Das ist sowieso immer rot, also ignoriere ich das einfach mal. Wenn ich aber nur drei, vier Checks habe, wo ich sagen kann, okay, das sagt mir, dass es meine Applikation verfügbar ist, es ist immer schon wieder eine andere Sache. Dazu kommt man dann auch, dass man einfach Fehlalarme reduziert. Also wir verschicken im Monat circa 5000 Pager-Alarme. Und wenn man sich überlegt, dass vielleicht, sage ich mal, 500 oder 1000 vielleicht auch Fehlalarme sind, dann habe ich nicht nur Leute in der Rufbereitschaft, die ich nachts unnötig wecke, sondern ich habe auch unnötige Kosten, die ich erzeuge. Denn jeder Pager-Alarm, den ich rausschicke, kostet Geld. Dann natürlich, klar, effizientere Nutzung meiner Ressourcen. Wenn ich natürlich ein Monitoring-System habe mit 30.000 Service-Checks und ich merke, ich könnte eigentlich davon 2000 runterschmeißen, dann ist das schon, sage ich mal, kann ich damit schon wieder meine Performance ein bisschen steigen. Oder ich muss mir überlegen, ich stecke wieder einen Server dazu, um wieder die Performance zu erhöhen. Und natürlich, klar, je weniger Service-Checks ich zum Überwachen habe, je weniger Aufwendungen habe ich natürlich. Dazu das Schichtenmodell. So, wie sieht es aus? Welche Schichten hat es? Wo ich angefangen habe, habe ich eigentlich drei Schichten definiert. Es gibt eine Server-Schicht, es gibt eine Komponentenschicht und es gibt eine Applikationsschicht. Das war so der erste Ansatz. Ich habe quasi den Server, der Server beinhaltet das Betriebssystem. Also kann ich mir überlegen, wie überwache ich meinen Server. Da habe ich dann irgendwie drei Checks, wo ich sage, CPU überwachen, vielleicht die Platten noch überwachen, Memory überwachen. Das ist so, was mein Server ist, den ich überwache. Unter Komponentenschicht verstehe ich Komponenten, die eigentlich nach außen hin für den Kunden nicht sichtbar sind, aber die wichtig sind für meine Applikation. Das kann zum Beispiel die Datenbank selber sein. Die Datenbank ist selber für den Kunden nicht sichtbar, aber die wird gebraucht, um das SAP-System am Leben zu halten, wird vielleicht gebraucht, um meinen Webshop irgendwie zu betreiben. Und die Applikation selber ist dann halt vielleicht mein Webshop oder meine SAP-Instanz oder was ich da dann auch immer habe. Das waren so meine drei Schichten. Ja, dann kamen aber irgendwann Beiträge in meinem Blog, wo man gesagt hat, da gibt es aber auch noch was anderes. Was ist denn, wenn ich ein SAP-System habe und ich benutze ein Client? Das würde ja nicht zur Applikation gehören. Also gibt es auch eine Präsentationsschicht. Genau, in dieser Präsentationsschicht sind solche Sachen wie zum Beispiel Clients. Das kann auch ein Browser sein, das kann der SAP-Client sein, das kann sonst irgendwas sein. Das ist nachher ganz wichtig, das in diesen vier Schichten zu unterteilen, besonders die beiden Schichten, weil ich mir überlegen muss, wenn ich einen Messpunkt habe, überwache ich nur die Applikation selber oder wenn ich aus Kundensicht überwachen muss, muss ich dann zum Beispiel auch den SAP-Client mit benutzen. Also bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben einige SLAs, die sagen, es reicht nicht, dass wir einfach nur mit dem Check-SAP prüfen, ob das SAP-System da ist, sondern wir haben die Auflage zu sagen, wir müssen vor Ort bei dem Kunden mit einem PC die GUI aufmachen und uns einloggen, eine Transaktion durchführen, ausloggen und das Ergebnis in das Nagel transportieren. Das ist dann ein Verfügbarkeitscheck. Dann kann man sagen, also mit Check-SAP bin ich dann vielleicht hier und mit dem Client bin ich dann eine Schicht drüber. Das ist die Idee hinter diesem Schichtmodell. Ich gehe mal eine Seite weiter. Wenn man jetzt sich das Ganze mal anschaut, kann man hier auch genau die Sichten sehen, denn wenn ich einen Kunden und Geschäftsführer habe, den interessiert eigentlich nur, ist die Applikation da beziehungsweise, ja, also ist die Applikation da aus Applikationssicht oder aus Präsentationssicht. Den Administrator, also der Kunde sagt oder der Geschäftsführer sagt, ich will eigentlich irgendwo nur eine olle Lampe haben und die soll mir sagen, grün oder rot. Grün heißt, jo, ist alles in Ordnung und rot sagt, ist kaputt. Den interessiert aber gar nicht, was da unten los ist darunter. Den interessiert nicht, ob die Daten mal kaputt ist. Den interessiert eigentlich nur, ist die Applikation verfügbar oder ist sie nicht verfügbar. Der Administrator sagt, ja, hallo, ich kann mir doch nicht eine Lampe bauen, wenn die rot ist, muss ich doch wissen, wo ist das Problem. Also, wie ich das hier dokumentiert habe, sieht man im Endeffekt, der Administrator muss die Sicht auf alle Schichten haben und der muss auch genau wissen, wenn es irgendwo in meiner Komponente ein Problem gibt, dann muss auch hier ein Alarm aus dieser Schicht rauskommen. Also der muss im Endeffekt genau wissen, ah, alles klar, meine Komponenz, da muss ich anfangen. Der Geschäftsführer muss dann wissen, wenn er seine Admin fragt, was ist denn los, dann muss er sagen, jo, meine Datenbank ist gerade kaputt, wir arbeiten da dran. Fertig. Das ist so die Sichten, die man hat. Ich weiß nicht, wer das Problem kennt, also ich habe das andauernd, wenn ich sage, ja, wir haben das und das Problem, ja, das interessiert mich gar nicht gar nicht. Sieh zu, das ist läuft und fertig. Mehr will ich gar nicht wissen. Ich benutze diese Schicht eigentlich sehr stark, weil wir bei uns dazu übergegangen sind, sogenannte, wir nennen es Monitoring-Klassen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf der Komponentenschicht eine Datenbank, eine Oracle-Datenbank und da haben wir ein Set, wo wir sagen, diese fünf Checks oder acht oder zehn benutzen wir grundsätzlich für die Überwachung einer Oracle-Datenbank. Fertig. Das heißt, kriege ich ein SAP-System nachher, dann weiß ich, mein Server, Solaris-Betriebssystem mit SAN, ohne SAN wird so und so überwacht. Dann kommt die Oracle-Datenbank dazu, da weiß ich, die nehmen wir D-Checks, dann haben wir das überwacht. Und je nachdem, wie es dann angesagt ist, wie ich es überwachen soll, benutze ich einen Check-SAP für zum Beispiel SAP oder wenn ich irgendwelche Applikationen habe, wo ich mich einloggen kann, mache ich es mit einem Login. Hier mal so ein Beispiel, wie das aufgeteilt sein könnte. Also ich habe hier unten meinen Server mit Betriebssystem, ich habe hier meine Datenbank, vielleicht noch eine SAP-Instanz und dann habe ich mein Portal und einen Brawl-Sonden-Client. So, jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja warum dieses ganze Modell? Es ist ganz wichtig, wenn ich ein SLA reporten will, muss ich natürlich wissen, was muss ich überwachen, damit ich meine Verfügbarkeit auch wieder spiegeln kann. Denn es würde im Endeffekt nichts bringen zu sagen, ich ping den Server an, ich gucke mal, ob ich mich in die Datenbank irgendwie einloggen kann, ich gucke mal, ob die SAP-Instanz irgendwie da ist, ja und dann mache ich hier irgendwie nochmal einen Check HTTP und gucke mal, ob das Portal ist und dann nehme ich einen Check-Multi oder einen Business-Prozess-SON, füge die ganzen Checks zusammen und sage, so, läuft. Im Endeffekt könnte hier in der Datenbank vielleicht eine Berechtigung verdreht sein, ich gehe mit einem Singer-User rein, der kann sich sowieso mal einloggen, aber die SAP-Instanz kann sich zum Beispiel in die Datenbank nicht mehr einloggen, weil irgendeine Berechtigung verdreht wurde. Dann ist zwar immer noch in meinem Nagels oder Singer, was ich benutze, immer noch alles grün, aber die Verfügbarkeit ist nicht mehr gegeben. Also es ist ganz wichtig, bei der Verfügbarkeit immer aus der Sicht des Kunden zu schauen und wirklich einen Check durchzuführen, der auch wirklich dann durch alle Schichten geht. Das soll es erstmal so zu dem Schichtenmodell gewesen sein. Ich will das auch nicht so weit ausbreiten. Ich wollte einfach nur mal kurz darstellen, wie schaue ich mir eine Applikation an, wie schaue ich sie mir an, dass ich sie wirklich auf Verfügbarkeit überwachen kann. Denn die Verfügbarkeit die Daten, die ich dort sammle, sind ja nachher auch Datenbasis für mein Reporting. Denn wenn ich kein vernünftiges Verfügbarkeitsmonitoring habe, dann brauche ich dieses ganze SLA-Reporting nicht machen. Dann bringt mir das alles nichts. Wenn ich immer 100% stehen habe und der Kunde sagt, aber ja, eigentlich kann das gar nicht sein, letzte Woche war doch drei Tage mein Server nicht da und ich kann das nicht nachweisen, habe ich ein Problem. Wer da noch ein bisschen mehr zu wissen will, auf meiner Homepage habe ich da zwei Blogs mittlerweile zugeschrieben und das ein bisschen dokumentiert, da kann auch jeder mal seine Kommentare zuschreiben. Das Ganze ist auch nur eine Idee, ein Vorschlag. Also wer da noch weitere Vorschläge hat, Ideen hat, einfach bloggen, schreiben, E-Mail, kein Problem. Das ist einfach nur, ich persönlich benutze es so, um meine Applikationen auseinanderzunehmen und auch wirklich eine Verfügbarkeitsüberwachung zu etablieren. Das ist auch, wenn man wirklich mit seinen Leuten zusammensitzt und sagt, ja, sag mir doch mal, wie kann ich die Verfügbarkeit überwachen, dass ich wirklich durch alle Schichten durchkomme. Denn heutzutage bringst du nicht, wenn ich einen Webshop überwache und ich mache nur einen Check-HTTP, ja, dann wird vielleicht irgendwann eine leere Seite ausgeliefert und mein Check-HTTP ist grün, aber vielleicht kann ich mich gar nicht einloggen und irgendwelche Transaktionen durchführen. Das muss schon wichtig sein, dass man wirklich durch die gesamten Schichten sich irgendwie einmal so eine logische Überwachung macht, dass man wirklich sagen kann, die Applikation ist wirklich da. Was noch wichtig ist, was ich gerade sagte, ist natürlich der Messpunkt. Ich hatte ja gerade einmal gesagt, Applikationsschicht und Präsentationsschicht gibt es. Zum anderen gibt es dann noch das Problem, muss ich vielleicht vom Kunden ausmessen, muss ich nur vom RZ-Ausgang ausmessen. Das sind Dinge, das muss man sich genau überlegen. Da muss man genau auch in diese SLA-Verträge reinschauen, was ist dort festgelegt worden. Was auch wichtig ist, ist der Messintervall. Also ich sollte mir wirklich überlegen, überwache ich alle fünf Minuten oder überwache ich jede Stunde. Wenn ich, egal, irgendeine Applikation habe und ich überwache jede Stunde und mir knackt das System irgendwann weg, könnte es sein, dass wenn ich eine Verfügbarkeit habe von 99,9 Prozent, dass ich nach der Alarmierung schon den SLA schon längst gerissen habe. Also wir überwachen auch Verfügbarkeit in der Regel immer fünf Minuten. Das ist eigentlich so ein ganz guter Wert, den man eigentlich benutzen kann. Wer will, kann natürlich auch weiter runtergehen. Wie gesagt, je genauer der Messintervall ist, je genauer ist natürlich nachher auch mein Report. Aber ich kann sagen, wir haben, ich weiß gar nicht, 400, 500 Applikationen in der Überwachung. Da haben wir einen Messintervall von fünf Minuten und das reicht in der Regel eigentlich. Und ja, ganz wichtig ist, der SLA oder die Verfügbarkeitsmessung, die ich mache, die ich mir nachher auch für den Report ranziehe, ist immer nur ein Check. Entweder ist es, ich kann natürlich auch drei, vier Checks haben, aber die füge ich mir dann zusammen zu einem Check. Das machen wir bei uns grundsätzlich so, weil genau dieser eine Check dann auch die Daten in der Datenbank drin stehen. Also ich gehe nachher nicht bei und sage, ich nehme jetzt mir mal die drei Ergebnisse und korreliere die dann mit irgendeinem Skript oder sowas, sondern das mache ich nachher im Nagis oder Icinga selber, ob ich das mit einem Business Process Add-on mache, wenn das reicht, oder ob ich das mit einem Check-Sub mache, oder ob ich das so wie wir es machen, wir benutzen Selenium und Automate, um automatisierte Logins zu machen. Automate, damit kann man auch direkt SAP-Clients steuern, wenn man das möchte. Und Selenium, ich weiß nicht, wer Selenium kennt, ist ein sehr schönes Framework, wo man wirklich schöne HTML-Logins mit aufzeichnen kann im Firefox. Und dann kann man sich da als Perl oder Java-Skript oder als Java oder als PHP, glaube ich, auch exportieren und dann kann man das einfach mit einem Con anstarten und dann ein kleines Skript noch drum zu und dann lässt man sich das Ergebnis einfach ins Nagis oder Icinga zurück reporten. Das funktioniert also sehr gut, setzen wir sehr intensiv ein. Bei Automate ist das Problem, dass ich keine Parallel-Checks durchführen kann, weil ich halt immer eine GUI habe. Bei Selenium kann ich auch Parallel-Checks durchführen, das ist gar kein Problem. Gut. Das nächste Problem, oder das nächste Problem ist es ja nicht, das nächste, was man natürlich beachten sollte im Icinga bzw. Nagios, ich nenne es einfach mal Metriktypen, sind die Statusdaten und die Performance-Daten. Wichtig eigentlich für mein Verfügbarkeitsreport sind die Statusdaten. Also Statusdaten sagen ja nur, okay, Critical, Warning oder Unknown oder wenn ich einen Host habe, Down, Unrichable oder Up. Und Performance-Daten spielen eigentlich in meinem SLR weniger eine Rolle. Ich kann sie natürlich nachher noch mal für Analysen ranziehen, wenn ich irgendwo ein SLR gerissen habe oder der Kunde wissen will, ja was war denn da los, dann könnte ich vielleicht anhand der Performance-Daten ein bisschen Analysen betreiben und sagen, ja da war gerade eine hohe Last, da hat irgendein Prozess eine hohe Last erzeugt oder was weiß ich. Das könnte man dafür nutzen. Aber für ein Verfügbarkeitsreport sind für mich eigentlich relevant die Statusdaten. Das Problem, was man hat, also gestern hat Bernd ja, ist gerade wieder rausgegangen, erklärt, dass ja in Icinga eine neue Tabelle hinzugekommen ist, die sogenannte SLA-History. Das Problem ist, wenn ich die Daten alle in der IDO gesammelt habe, dass es unheimlich schwierig ist, aus dieser IDO eine Verfügbarkeit zu errechnen. Denn ich habe ja nicht nur einfach, dass ich mir einfach sage, so ich gucke jetzt mal von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B und rechne mir mal alle Down-Zeiten raus, also alles, wo ich irgendwie ein Critical hatte und sage, so das, was jetzt alles okay war, das ist jetzt mein SLA. Das stimmt ja nicht ganz. Denn ich kann in Icinga ja auch Downtimes definieren. Wenn ich einen Change mache, wenn ich jetzt wieder bei Idle bin, mache ich einen Change, dann trage ich das ein und sage, so in diesem Zeitraum habe ich drei Stunden Change gehabt. In diesem Zeitraum, diese drei Stunden sind geplant und das ist kein kritischer Status gewesen, also kein Ausfall. Also muss ich dieses, diese Downtime auch mit reingerechnen. Dann habe ich das nächste, dann habe ich vielleicht das noch Acknowledge. Das Acknowledge muss auch mit reingerechnet werden. Und dann habe ich ja vielleicht keinen SLA, der 24 mal 7 ist, sondern ich habe einen SLA, der vielleicht nur von 7 bis 18 Uhr ist. So. Und genau das alles aus der IDU rauszuziehen und das alles zu berechnen. Ich weiß nicht, wer das mal versucht hat, also ich bin kläglich gescheitert, da irgendwie so ein SQL-Statement zusammen zu hämmern. Vielleicht habe ich auch zu wenig Erfahrung mit MySQL. Aber man muss da über diverse Tabellen durchgehen. Das ist unglaublich. Genau das war der Hintergrund, warum auch diese SLA-History reingekommen ist, weil genau die IDU oder der IDU 2DB, die man nämlich sagt, ich habe hier einen Status, ich habe dort eine Downtime, ich habe dort ein Acknowledge und genau das wird schon mal aufbereitet in eine extra Tabelle reingeschrieben. Und diese Werte werden dann in ein SLA umgewöhnelt. Das zeige ich gleich nochmal. Sieht man ja am Issinger Web, wo der gestern nochmal gezeigt wurde, da sieht man dann die Graphen. So. Das persönlich reicht mir nicht ganz, denn wenn man sich diesen Verfügbarkeitsreport im Issinger selber anschaut. Im Nagel sieht er genauso aus, nur dass im Issinger halt ein paar andere Farben da sind. Ich habe grundsätzlich eine Unterscheidung zwischen geplanten und ungeplanten Zeiten. Das ist für mich zum Beispiel ganz wichtig. Und ich sehe dann, was habe ich insgesamt für eine Verfügbarkeit gehabt. Das nächste, was wichtig ist für mich, ich hoffe man kann es da hinten auch so ein bisschen lesen, ist, wann wurden denn Downtimes eingeplant? Ja. Gerade wenn man Changes macht mit dem Kunden, also bei uns zum Beispiel ist es so, dass es heißt, wir dürfen zum Beispiel vier Changes im Jahr machen oder wir dürfen insgesamt eine Downtime von drei Stunden haben oder sowas. Ja. Genau das kann ich hierüber danach dokumentieren, wenn ich das wirklich im Issinger pflege. Das gehört natürlich dazu, das ist ein Prozess im Unternehmen, dass man sagt, wenn ein Change gemacht wird, muss es auch im Nagel oder Issinger ausgeplant werden. Ja. Wenn das nicht gemacht wird, habe ich es natürlich hier auch nicht, dann kann ich mir das Ganze schenken. So. Das Problem, was ich aber jetzt habe, ist, jetzt habe ich das auf dieser HTML-Seite. Wie kriege ich das denn jetzt in ein PDF rein oder in ein Word-Dokument? Das war eigentlich der Anlass. Ich habe jetzt hier nochmal ein Bild von dem Issinger Web. Also normalerweise hätten wir, ich habe jetzt keine Daten gehabt, deswegen konnte ich das so nicht anzeigen. Normalerweise hätte ich jetzt hier meine SLA-Diagramme. Jetzt ist das Problem, wie kriege ich meine Daten von dem Web in eine Datenbank und dann ins Jasper rein. Dafür habe ich, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, ich hatte das schon mal so ein bisschen im Portal mal reingeschrieben, habe ich einen Parser geschrieben. Kennt den jemand? Hat sich den jemand schon mal angeschaut? Ah ja, sehr viele, sehr gut. Das ganze Ding ist geschrieben in Perl. Funktioniert mit Nagels so wie mit Issinger, wobei bei Issinger gibt es einen kleinen Unterschied. Dort gibt es nicht nur die Möglichkeit, das über HTML zu parsen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, das über JSON zu parsen. Der Vorteil bei JSON ist, ich habe einfach weniger drumherum, sondern ich kriege einfach mein JSON-File und das parse ich einfach und ich habe diese ganze HTML-Gelumpe da nicht mehr drumherum. HTML, wie gesagt, funktioniert nur bei Nagels. Bei Issinger habe ich die Möglichkeit, HTML und JSON zu benutzen. Das zeige ich aber gleich nochmal. Dann wird das explizit nochmal in eine extra Datenbank reingeschrieben. Das heißt also rein theoretisch, wenn ich diesen Parser angeschmissen habe, der hat das in die Datenbank reingeschrieben, kann ich eigentlich meine ganzen Logs, die ich für diesen Monat gehabt habe, kann ich eigentlich dann auch löschen. Wenn man jetzt sagt, ich bewahre nur für ein Jahr, aber ich brauche meine SLA-Daten vielleicht für zehn Jahre, dann brauche ich im Endeffekt nur die Daten, die ich in der Datenbank habe, immer nur sicher und dann habe ich meine SLA-Daten. Für Jasper gibt es dann auch fertige Reports. Kann man da importieren und dann drückt man auf den Knopf und dann hat man da gleich ein PDF. Das zeige ich aber auch gleich. Und wenn man den Jasper natürlich benutzt, wäre den Jasper schon mal installiert und eingesetzt. Da sind ja doch schon ein paar mehr. Also da hat man natürlich ein paar mehr Möglichkeiten. Da kann man wieder HTML formatieren, man kann wieder Doc benutzen oder Excel oder was man halt will. Ich zeige das Ganze mal, wie das Ganze aussieht. Also man kann das Ganze, wir haben uns das gestern überlegt, wir werden das in der nächsten Version, kann man das lesen? Schlecht, oder? Also ich kann es gut lesen. Ja, aber hier kann ich das nicht fett schreiben. Besser? Gut. Das Ganze liegt fertig im Git. Also wer ins Singer-Reporting reingeht, da gibt es einen Branch, der heißt M-Löwen-Report-Avil-Parser, habe ich den glaube ich genannt. Da liegt er komplett drin, das kann man sich ziehen. Und dann mit einem Configure und dann mit einem Make-Install wird das Komplette einfach installiert. In der nächsten Version, in der 1.7 wird das mit in dem Singer-Reporting in dem Package mit untergebracht werden. Nach dem Installieren hat man also eine folgende Struktur. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön zu sehen. Ich habe einen BIN-Ordner, ich habe einen ETC-Ordner, einen INCLUDE-Ordner und einen V-Ordner. In dem BIN liegt der Parser selber. In dem ETC, das zeige ich gleich, liegt ein Konfigurations-File drin, da kann ich ein paar Sachen hinterlegen. INCLUDE dort liegen noch benötigte Perl-Module und das Wahrverzeichnis dort liegen Log-Files drin. für das Debugging und sowas. Also wenn man das im Endeffekt runtergeladen hat, hat man einen Konfigurations-File, wo man im Endeffekt im ersten Step einmal seine Basic-Authentification konfigurieren muss, dann die Datenbank konfigurieren muss, natürlich die URL, ganz klar. Hier kann ich dann sagen, bei Parser-Type kann ich einstellen HTML oder JSON. Ganz wichtig, bei Isinga geht halt nur JSON und HTML und bei Nargis geht nur HTML. Dann kann ich noch definieren, was ich geparst haben will. Also vielleicht interessiert mich nur der Critical-Status, die Verfügbarkeit vom Critical-Status. Dann setze ich die anderen Werte alle auf Null und dann würde eigentlich auch nur der Critical-Status vom Service in die Datenbank reinschreiben. Was interessant ist, ist halt auch das Debugging. Also wer irgendwie merkt, das Ding kommt zwar wieder, aber ich habe nichts in der Datenbank, kann das Debugging einstellen, das kann ich dann gleich mal zeigen, wie so ein File aussieht. Dort kann man dann genau sehen, wo es dann hakt. Also wo ist das Problem, warum hat er vielleicht an den Daten geparst, warum konnte er sich nicht anmelden, das kann ich dann alles sehen. Und dann kann ich hier halt definieren, wo er das Log-File hinschreiben kann. Welchen Verzeichnis. Also eigentlich sehr trivial zu konfigurieren. Und was man dann nur macht ist, also was ich nochmal eben kurz zeigen kann, bevor ich dann... Es gibt jetzt bei dem Parser selbst keine Help-Funktion. Also man kann es nicht mit minus minus Help auch rufen, sondern man ruft das mit PerlDoc auf. Und bekommt dann eine genaue Dokumentation, was man alles machen kann. Klar, Host-Name und Service-Name. Service-Name ist natürlich nur optional, wenn ich nur Host-Daten parsen will, dann benutze ich nur den Host-Namen. Dann kann ich eine Description mitgeben, wo ich sagen kann, das ist für Kunde XY oder das ist für den Service ABC. Dann den Zeitraum, den ich gepasst haben will. Also das sind genau die Optionen, die man im Nargis auch hat. Oder im E-Singer auch hat. Also im Endeffekt. Die letzten 24 Stunden, nur gestern oder diese Woche, was man halt will. Das kann man dann auch nochmal explizit mitgeben. Default ist Last Months. Also in der Regel sagt man ja immer letzten Monat, man will eine Verfügbarkeit haben vom letzten Monat. So ist es bei uns. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber in der Regel so über ein Jahr oder sowas brauche ich eigentlich eher weniger. Und dann mit dem kleinen C kann ich dann noch sagen, welche Konfigurationsdatei er benutzen soll. Es sind alle Perl-Module. Also wenn man ins Include geht, da gibt es den Ordner Moduls. Und dort habe ich dann die ganzen Perl-Module. Also man kann dann mit Perl-Doc das ganze Ding aufrufen. Also ich sollte es auch richtig schreiben. und bekommt dann auch nochmal eine ganz klare Dokumentation. Wenn man jetzt sagt, ich will nur den Parser haben, weil ich selber auch ein paar Daten parsen will, kann man also genau sehen, welche Parameter man übergeben kann. Ich meine im Nargis sind das oder im Singer sind das 26 Parameter, die man oben über die URL übergeben kann. Also man hat eine komplette Dokumentation, was man übergeben kann, wie man es übergeben kann. Man kann das Modul auch selber benutzen, wenn man es gerne möchte. Aber diese ganze Arbeit muss man sich für den Parser gar nicht machen, denn der ist ja schon fertig. und was ich jetzt mache ist, ich sage, ich will jetzt auf Localhost den Service HTTP gepasst haben und ich sage mal... Achso, klar. Achso, selbst reingelegt. Okay, ich wollte nochmal gucken, wo alle wach sind. Also Host-Namen übergeben. Dann eine Beschreibung für den Report selber. Und das Config-File. Bei den Config-Files kann man sich auch mehrere anlegen, für jeden Kunden zum Beispiel explizit ein. So, dann startet man das, dann passiert ein kleines Wunder im Hintergrund. Und man sieht jetzt, man kann jetzt im Endeffekt nicht sehen, hat es jetzt funktioniert oder nicht. Dafür kann ich dann in mein Log-File schauen. Was man natürlich auch überwachen könnte, wenn man es dann möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob man es da hinten sehen kann. Nehmen wir mal den oberen. Also ich sehe oben, wo es angefangen ist. Ganz wichtig. Ich sehe, welche URL er aufgerufen hat. Das heißt, wenn ich jetzt nicht weiß, ob mir die Daten jetzt richtig gepasst hat oder die richtige Seite aufgerufen hat, kann ich diese URL im Endeffekt kopieren, im Browser einmal aufrufen und kann sehen, was hat er denn aufgerufen. Dann, welche Parser-Methode hat er benutzt? In dem Fall HTML. Ja klar, konnte er sich zur Datenbank connecten. Welche Daten hat er importiert? Und mit welcher ID hat er es in der Datenbank abgelegt? Das ist für den Jasper nachher unwichtig. Das kann man nachher so sehen. Und wie lange hat das im Endeffekt gedauert? Also jetzt 2,6 Sekunden für das ganze Parsen. Ich kann sagen, wir haben einen Server, der hat ungefähr 1600 Hosts mit 16.000 Service-Checks. Und wenn ich da den Parser anschmeiße, dann brauche ich ungefähr 6 Sekunden für einen Report zum Parsen. Also wenn ich dann, so wie ich es für einen Kunden zum Beispiel mache, 11 Reports parse, dann bin ich ungefähr eine Minute, eineinhalb Minuten durch. Die Last wird eigentlich auch nicht sehr hoch auf dem Server. Also das ist alles irgendwie vertretbar. Das kann man also alles wunderbar damit machen. Wenn man genauere Informationen haben will, kann man auch noch den Debug-Level höher stellen. Dann kriegt man noch mehr Informationen. Aber das reicht ja in der Regel eigentlich immer, um zu schauen, konnte er sich auch auf den Nagis oder Assinger-Server authentifizieren und konnte er auch die Daten sauber parsen. Ja, wenn ich das Ganze dann geparsed habe, kann ich meinen Jasper gehen. Ich habe das hier schon mal aufgemacht. Ja, dann gucken wir, ob ich dann natürlich nicht mehr angemeldet. Dann finde ich nach dem Importieren, also auch hier gibt es einfach ein Jasper-Paket. Das kann man importieren, aber das kann man mit dem Make-Install alles machen. Dann importiert er die Reports, die ich brauche für den Jasper-Server. In dem Fall habe ich jetzt Detailed Availability Report, so nennt sich der. Den kann ich jetzt aufrufen für den Service. Und jetzt bekomme ich hier meine Auswahl von den Reports, die er jetzt quasi importiert hat, mit Datum, Uhrzeit und dann auch wieder meine Beschreibung. Ja, ganz wichtig, wenn man so eine Beschreibung da mit dabei hat. Natürlich ein bisschen problematisch, wenn ich hier schon 10 Reports importiert habe, dann habe ich halt anhand des Datums die Möglichkeit zu sehen, was ist denn mein aktuellster Report. Ja, auch hier kurz auf den Knopf drücken und dann passiert wieder im Hintergrund ein kleines Wunder. Und jetzt muss ich dazu sagen, das ist meine Testumgebung, da habe ich jetzt nicht ganz so viele Daten drin. Daher wird man jetzt hier auch nicht ganz so viel sehen, aber so sieht es im Endeffekt aus. Aber, ich mache jetzt mal eben einen anderen auf. So, nehmen wir den. Das ist natürlich der falsche. Da haben wir den richtigen. So. So sieht es im Endeffekt aus. Also ich habe natürlich ganz klar meine, fangen wir mal ganz oben an, meine Startseite. Auch hier sehe ich dann wieder die Description, also das, was ich angegeben habe in meiner Description. Das würde da auch erscheinen. Dann welchen Service habe ich gepasst. Periode, last month und dann wann hat er das Ganze erzeugt. Und dann, wie man es im Nagis beziehungsweise Icinga halt gewohnt ist. Ich habe hier einmal so ein Tortendiagramm, wo ich die Verfügbarkeit sehen kann. Und ich habe hier unten wieder meine Tabelle. Das sind alles, ich weiß nicht, wer mit Jasper schon mal Reports gebaut hat. Das sind alles Subtemplates. Also jeder kann sich das im Endeffekt, wenn er sagt, ich will eigentlich nur die okay haben, das andere nicht, kann man das einfach rausschmeißen. Das ist gar kein Problem in dem Report. Genauso wie mit dem Tortendiagramm da oben. Wenn man sagt, ich will das Tortendiagramm gar nicht haben, das interessiert mich eigentlich gar nicht, kann man das auch rausschmeißen. Das ist alles so in Subtemplates gebaut und alles mit Subtemplates zusammengeführt. Also man kann da wirklich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und was ich dann natürlich habe, hier unten, sind meine Log Entries. Die stehen dann natürlich auch wieder drin. Also wenn ich auch Downtimes da drin hätte, würden die auch wieder drin stehen. Das Ganze kann ich auch für Hosts machen. Und dadurch, dass die Daten alle in der Datenbank drin stehen, kann ich natürlich auch andere Reports zusammenbauen. Also ich habe zum Beispiel eine Übersicht für einen Kunden, wo drin steht, welcher Server hat hier die höchste Verfügbarkeit. Und welcher Server hat hier die geringste Verfügbarkeit. Und habe das in einer Tabelle drin. Das kann man alles mit dem Jasper machen. Man muss halt nur irgendwie sich einen Cron bauen, der dann sagt, so jetzt importieren wir die und die und die und die Services und den Host-Status. Und dann habe ich alle Daten drin. Wer zum Beispiel halt die Log Entries, wen es da nicht interessiert, der setzt halt in der Config und sagt, die Log Entries nicht importieren. Da werden im Endeffekt nur die Daten für die Verfügbarkeit hier importiert. Und genau diese Werte nehme ich dann und ziehe diese dann für mein SLA-Reporting an. Also die Idee war einfach diese CGI-Logik, die es gibt, die komplett zu nutzen. Also ich weiß nicht, wer schon mal SLA-Reports, wer sich damit beschäftigt hat, wer schon mal SLA-Reports generiert hat, gerade aus dem Nargis oder aus dem Messinger, wird feststellen, dass doch dieser Verfügbarkeits-Report sehr viele Möglichkeiten hat. Ich kann dann auch sagen, wenn ich eine Time-Period angelegt habe, ich will nur die Verfügbarkeit zwischen 8 und 17 Uhr haben. Ich will das für den letzten Monat haben. Ich will die Downtimes berücksichtigt haben. Warum soll ich diese ganze Logik irgendwie noch nachprogrammieren oder warum soll ich mir den ganzen Aufwand machen, das jetzt alles mit zig Queries aus der IDO rauszuholen, wenn ich das sowieso alles so per Aufruf von einem CGI zur Verfügung gestellt werde. Das war der Ansatz damals, warum ich diesen Parser gebaut habe. Und die Daten zu importieren und dann im Endeffekt Verfügbarkeiten zu machen. Ja, das war es erstmal zu den Parsern. Gibt es da Fragen zu? Ich glaube, ich war ein bisschen schneller heute. Ja? Ja? Ist das also halbwegs dokumentiert, was man Jasper-seitig und Linux-seitig braucht dafür? Oder ist das jetzt ein Schuss aus der Hüfte des Projekts? Nein, nein, nein. Also was ich gerade gesagt habe, das Modul selber, das muss ich ins Wiki nochmal reinschreiben. Also im Endeffekt kann ich mit Perl, da kann ich die einzelnen Sachen aufrufen, das geht schon. Installation ist einfach nur ein Configure und dann ein Make-Install und dann wird eigentlich das komplette Parserkonstrukt installiert. Also alle Perl-Module wird alles in User-Locally-Singer-Reports installiert. Und ein JS-Paket für den Jasper wird auch komplett importiert, wo alles komplett fertig drin ist. Was man im Endeffekt dann nur machen muss im Server selber ist, man hat ja für die Reports hier... Ich zeige das einfach mal eben hier. Und zwar habe ich ja eine andere Datenquelle hier. Und zwar nennt sich die hier Reporting. Ja? Das ist eine andere Datenquelle. Und was ich dann machen muss... Unter Data Sources gibt es dann jetzt, wenn man das importiert hat, eine neue Datenquelle. Und hier muss ich nur die Zugangsdaten für meine Datenbank hinterlegen. Ja, das kann ich jetzt doch hier unten... Jo, und das muss einfach nur angepasst werden. Und wenn das angepasst ist und ich Zugriff auf meine Datenbank habe, dann war es das eigentlich schon. Also es ist kein großer Aufwand, das Ganze irgendwie zu konfigurieren. Klar, man muss eine Konfigurationsdatei konfigurieren nach der Installation. Und einmal hier die Zugangsdaten konfigurieren. Wenn man natürlich einen User hat, der heißt Isinga Isinga, dann brauche ich natürlich nichts in der Datenbank. Also es ist nicht kompliziert. Ich werde es aber noch im Isinga-Wiki dokumentieren, das Ganze zu nutzen ist. Aber es wird auch in der 1.7er-Version komplett integriert sein, sodass man dann sagen kann, entweder ich mache ein Make-Install, dann wird ganz normal nur das Isinga-Reporting installiert. Und wenn ich sage, ich mache ein Make-Full-Install, dann wird der Parser und sowas alles mit fertig installiert und alle Reports, die ich dann brauche. Dann brauche ich im Endeffekt nur einfach konfigurieren und meine Datenquellen muss ich sowieso anpassen, wenn ich andere Benutzer oder Passwörter habe. Noch weitere Fragen? Bin ich fein raus. Bist du fertig? Ja, ich sage ja, ich bin ein bisschen schneller. Ja, ein bisschen. Also wirklich keine weiteren Fragen, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit überbrücken. Vorher mache ich die Tür nicht auf. Hier vorne noch was. Funktioniert auch PostgreSQL oder sowas? Im Moment noch nicht. Also das Problem ist, ich habe mit PostgreSQL noch nicht ganz so viel Erfahrung, aber es wäre eine Möglichkeit PostgreSQL auch zu unterstützen, weil ich schreibe jetzt alles in der MySQL-Datenbank drin rein und der Parser, der pars die ganzen Daten und gibt das eigentlich im Endeffekt nur einen Datenbank-Connector und der schmeißt das rein und müsste im Endeffekt dann jetzt nur für PostgreSQL einen Connector schreiben, der das dann halt PostgreSQL-konform reinschreibt. Ich habe zu deiner Monitoring-Schichtmodelle eine Frage. Ja. Also das Grundprinzip, wenn wir bei unseren Kunden auch ran, wir haben halt so Basis-Checks und halt Service-Checks, also was jetzt einen direkten User-Impact bedeutet und eigentlich dein Schichtmodell ist sogar noch detaillierter. Mich würde mal interessieren, wie du das beim Kunden halt abbildest. Also sprich, wir haben das zur Übersicht halt sogar die Service-Checks so benannt, also BC für Betriebssystem-Checks, also Basis-Checks, SC für Service-Checks. Ja. Wie machst du das oder wie macht ihr das beim Kunden? Bildet ihr das irgendwie optisch auch ab, diese Trennung? Nicht ganz. Also bei uns ist es so, wir haben eine CMDB im Unternehmen laufen und in dieser CMDB wird eigentlich auch die Applikation schon in Server unterteilt, in Komponenten unterteilt und in Applikationen unterteilt. Und wir haben in dieser CMDB, haben wir Monitoring-Klassen abgebildet und wir weisen nur einer Monitoring-Klasse dem Server zu, der Komponente zu oder der Applikation zu. Wenn man dann nachher ins Nagel- bzw. Isinga schaut, dann sieht man eigentlich nur das Set an Checks, aber man kann jetzt nicht unterscheiden, ist es jetzt ein Komponenten-Check oder ist es ein Server-Check oder ein Applikation-Check. Das machen wir nicht. Okay, danke. So, wo war das hier vorne noch? Frage am Rande, wie aufwendig ist es, die Konfiguration von den Templates beim Just-Bad-Reports? Inwiefern? Ja, wenn man zum Beispiel die Templates anpassen möchte, damit es an das Logo, andere Informationen... Ja, das Zeigen ist gerade ein bisschen aufwendig. Also es ist im Endeffekt so, ich habe alles in Templates sortiert. Es gibt ein Template, der die Breakdowns anzeigt, also sprich die Verfügbarkeit in ungeplante Zeit und geplante Zeit, das ist ein Template. Dann gibt es ein Template, der dieses Torten-Diagramm anzeigt und es gibt ein Template, was diese Log-Entries anzeigt. So. Wenn ich jetzt einen eigenen Report bauen will, dann kann ich sagen, ich will zum Beispiel jetzt nur die Log-Entries haben. Dann nehme ich nur dieses Template für Log-Entries, packe das auf meine Seite drauf und dann habe ich auch nur die Log-Entries angezeigt. Was man jetzt alles machen will, was man alles dargestellt haben will, das ist halt Geschmackssache. und wie viel Energie man da reinstecken will. Das ist jetzt nicht gerade der SLA-Report. Aber was würde es allgemein bedeuten, wenn man zum Beispiel in dieser Form Verlauf der Speichernutzung abbilden würde? Ja. Das machen wir auch. Also das Problem bei der IDO ist, dass die Performance-Daten zum Beispiel alle in einer Spalte drin stehen, also in einem Feld drin stehen. Das heißt also, ich müsste eigentlich rein theoretisch einfach die Daten splitten. Vielleicht kann man es auch mit einem SQL-Setment machen, ich weiß das nicht. Ich bin nicht so ganz SQL-Konform, äh SQL-Perfektionist, sagen wir es mal so. Wir benutzen noch die alte Datenstruktur, ich weiß nicht, sagt jemand noch Perfpass was? Kennt das noch jemand? Keiner mehr. Das ist eine sehr aufgeräumte, sehr schönes Datenmodell, was die Daten, also wir haben es im Endeffekt so gelassen, wir lassen es einen Pfeil reinschreiben, haben dann einen Demon, der nimmt dieses Pfeil und schreibt das nochmal parallel in diese Datenbank rein. Dort werden dann auch die Performance-Daten auseinandergenommen mit Unit, Label und was ich alles habe, weil wir können kein PNP nutzen, denn wenn wir SLA-Reporting machen, dann wollen wir keine korrelierten Daten haben. Das habe ich ja beim RRD, wenn ich das nach einem Jahr benutze und ziehe mir dann nochmal Daten raus, dann habe ich eigentlich eher nur so einen Strich, der mir aber nichts aussagend ist. Und wir benutzen halt Perfpass, da schreibt das alles in die Datenbank rein. Und man kann dann auch mit Jasper, das habe ich auch schon gemacht, mit Jasper reingehen, holt sich diese gesamten Daten raus und lässt sich zum Beispiel die Load über einen Monat anzeigen. Dann kriegt man genau wie im PNP einen sauberen Graphen, der einem das genau anzeigt. Man kann zwar da nicht mehr rein navigieren oder sowas, aber das ist ja eigentlich meistens auch nicht Sinn der Sache. Wenn ich einen Monatsreport haben will, wo der Kunde fordert, ich hätte gerne eine durchschnittliche Load und Memory und sowas, um einfach zu sehen, wie ist mein Server dann ausgelastet und muss ich überhaupt einen Server dazukaufen oder muss ich keinen Server dazukaufen oder wie ist meine Plattenauslastung, muss ich mir schon überlegen, dass ich vielleicht beim nächsten Vertragsabschluss irgendwie nochmal zwei Platten dazukaufe oder sowas. Das kann man machen. Bei der IDO, wie gesagt, muss man sich überlegen, ob man da entweder die Daten nochmal aus der IDO rausholt und nochmal extra in eine Datenbank reinschreibt und splittet. Ich würde es eher schon so machen, wenn ich kein PNP benutze, dass ich das ganze Zeug nochmal extra in ein Pfeil reinschreibe, so machen wir es und dann nochmal explizit in eine andere Datenbank rein und dann schon sauber aufbereitet und zerlegt. Ich kann dafür das nach Perfass googeln, dieses Datenbankmodell, die Struktur, die ist wirklich sehr gut. Also die ist nicht so, nicht sehr stark normalisiert wie die IDO, aber genau fürs Reporting eigentlich genau das Richtige. Hast du Erfahrungen mit stark verteilten Umgebungen, zum Beispiel globales Exchange oder globales Active Directory, wie die Sichtweise nachher ist, also zum Beispiel Mail-In-Copal, ist es irgendwie schwer in ein SLA zu fassen, wenn es da krasses Load-Balancing gibt? Ja, genau. Also das ist wirklich schwierig. Wir haben auch das Problem, wir haben jetzt ein neues System eingeführt oder eine neue Applikation geschrieben, wo ein Load-Balancer davor ist. Das Problem ist, ich kann diesen Load-Balancer nicht abfragen. Ich komme da nicht durch. Also ich kann eine Abfrage stellen, aber der geht nicht durch bis zur Applikation, weil das so eine ganz gruselige Abfrage ist. Kriege ich nicht überwacht. Das ist schon wieder so, das ist echt schwierig und dann gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, ich prüfe dann die eine Applikation mit der zweite und korreliere die Checks und wenn dann eine okay ist, dann weiß ich, es funktioniert. Aber es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig, weil wenn der Load-Balancer nicht funktioniert, ja, auch wenn der Load-Balancer mir sagt, ich kann den Load-Balancer auch abfragen und der sagt mir, ja, funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob er nicht funktioniert, weil er mich nicht in Wirklichkeit durchrutet. Das ist so das Problem. Das sind immer so Lücken, da muss man sich überlegen, wie man das macht. Gerade bei verteilten Umgebungen ist es auch immer schwierig zu überlegen, von welchem Messpunkt muss ich denn gucken? Von welcher Sicht muss ich gucken? Also man muss dann ja immer aus Kundensicht gucken, muss sagen, ja, wenn der Kunde in den USA sitzt und ich habe einen Kunden oder ich sag mal, der hat eine Verteilterumgebung, Frankreich, USA, dann muss ich mir überlegen, betrachte ich dich vielleicht getrennt? Sag ich vielleicht, ich gucke mir für USA ein SLA an und ich schaue mir für Frankreich ein SLA an. Muss man sich überlegen. Aber das ist immer so eine Sache, was steht im SLA-Vertrag drin? Was ist wirklich abgestimmt worden? Denn solche Daten einfach zu korrelieren, das ist immer sehr schwierig. Also muss man genau schauen und dann auch vielleicht mit dem Kunden sprechen und sagen, können wir da nicht vielleicht zwei SLA ausmachen? Muss das wirklich einer sein? Also das muss man, wie gesagt, also bei uns ist es, ich kümmere mich da nicht drum. Ich sage nur den Service Manager, dass ich ihm wirklich sehe zu, dass du mit dem Kunden eine Lösung findest. Und der spricht dann halt mit dem Kunden. Also ich habe da nicht so ganz viel Kundenkontakt. Aber wir haben eigentlich, wie gesagt, bis auf diesen einen mit dem Notebalancer, haben wir eigentlich solche Probleme nicht. Aber wie gesagt, im SLA-Vertrag vielleicht mal schauen, was da definiert ist. Ich habe jetzt noch eine Frage zu dieser Präsentationsschicht. Ja, und das ist natürlich auch für alle interessant. Haben Sie auch für Citrix Lock-In solche Sachen gebaut, diese Automate? Ne, es ist aber angedacht, sowas zu bauen, weil bei Citrix, das ist doch schon wieder eine Nummer schwieriger. Das meine ich auch. Also wir haben damals Automate eingeführt. Ich weiß nicht, wer Automate kennt. Es gibt auch Auto-It. Das hatten wir als erstes. Auto-It ist auch so eine Open-Source-Variante, die man benutzen kann. Wenn man aber sehr viel überwacht, wird sie sehr inkonformant. Also das ist dann schon echt schwierig. Und dann haben wir ein bisschen Geld in die Hand genommen. So eine Lizenz, die ich glaube, bei 2500 Euro von Automate. Da kann man im Endeffekt auch alles aufzeichnen, auch richtig GUIs aufzeichnen. Und der macht dann einen Bildervergleich und was weiß ich alles. Aber bei Citrix, gerade wenn man dann diese Citrix-Login hat, das ist schon schwierig. Also ich habe es mit Automate selbst auch noch nicht probiert, ob das wirklich so einfach geht. Aber auch da muss man wirklich schauen, klappt das mit dem Login? Aber Citrix ist wieder so eine Sache für sich. Also auch da reicht eigentlich nicht das Überwachen, ob die Dienste alle laufen und die Lizenzen alle da sind. Das kann trotzdem sein, dass ich mich nicht einloggen kann. Ja, mein Citrix-Server kann ja laufen, aber ich kann da vielleicht nicht starten, was ich vielleicht brauche. Ja. Oder irgendjemand hat da gerade einen Prozess gestartet, den man gerade die Last wegzieht. Planst du das Reporting vielleicht noch zu erweitern auf Host-Groups und Service-Groups? Das hat natürlich dann mit SLA-Reporting nicht mehr so viel zu tun, aber allgemein fände ich das auch noch ganz praktisch auf die Art. Also auch das Parsen? Ja, genau. Ja. Also natürlich, das könnte man machen, also das ist ja an sich nichts Schwieriges. Ich müsste dann quasi nur in die IDO einmal reingucken, welche Host-Group habe ich. Also wenn man dann sagt, ich gebe eine Host-Group an, das könnte ich hier noch erweitern. Man sagt dann Host-Group angeben, dann guckt er in der IDO nach, welche Server sind in dieser Host-Group drinnen und passt sie dann im Endeffekt. Einmal nach und nach durch. Man kann es aber auch selber anlegen, wenn man jetzt sagt, ich mache mir einfach nur ein Shell-Script und sage, ich weiß, die so 15 Server sind in der Host-Group drinnen, setze sie einfach untereinander und dann passt das auch. Geht auch, aber ist natürlich wieder so eine Sache, kommt ein Server dazu, ich kriege es nicht mit, fehlt der mir. Klar, könnte ich mir einen einbauen, wenn das von Interesse ist, klar. Ist ein bisschen schwierig. Okay, ich würde sagen, das war's. Ich würde mich auch über Feedback über das Schichtmodell freuen. Also wenn ja jemand... Also ich finde es gut getroffen. Noch irgendjemand eine Frage? Sonst beschließen wir das. Ich sage danke bei Michael. Und...